Willkommen zu einem neuen Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von Tilo. Ja, schon wieder Tilo. Wir haben erst vor zwei oder drei Wochen den Song Römisch ist reich und Druggie Popstar, war ja so eine Doppelsingle und diese zwei Songs fand ich sehr cool. Habe ich auch eine Reaction zu gemacht und die Reaction kam sogar wirklich sehr gut an. Auf jeden Fall freut mich immer sehr, Tilo Reactions kommen bei euch immer sehr krass an. Das ist halt super cool, freut mich sehr. Wenn ihr die Reaction verpasst habt, könnt ihr die gerne noch abchecken. Ist ja natürlich online. Und wir gehen jetzt mal rein in den neuen Song. Ja, let's go mit Musikvideo. Let's go. Welcome to the Insel. Irgendwie hört er sich anders an, oder? Thilo seine Stimme, die ist irgendwie ein bisschen, ja, hört sich anders an als sonst, oder? Guckt das mir nur so vor. Das hört sich aber richtig cool an, ne? Gerade auch hier der Part. Der erste Part hier. Das hört sich gut an. Sag mir, wie willst du dein Leben, ja? Ich nimm viele Drogen, aber keine kann mir geben, was du geben kannst, ja? Cry mein Leben lang. Thilsen steht im Edeka. Real auf deinen Tracks. Thilsen steht im Edeka. Nein, tut es nicht. Tut es einfach nicht. Und das regt mich auch sehr auf, muss ich sagen. Ich hab das Getränk getrunken, ne? War ja in der Albumbox drin, zwei Dosen. Aber in keinem Laden, bei mir in der Nähe, gibt es das Getränk in irgendeinem Edeka oder was weiß ich wo. Bitte bring das Getränk deutschlandweit, Österreich, Schweiz in die Läden. Überall muss das Getränk sein. Ich will es nochmal trinken, weil es war wirklich, ja, würde schon sagen, die beste Cream Soda, die ich je getrunken hab. Hab halt nicht so viele getrunken, aber die war schon wirklich sehr, sehr lecker, ja. Jeden Tag, Tag, wann gehen meine Wichter aus? Und sollte es heute sein, will ich noch einmal dicker Applaus. Ich mach den Laden voll, doch wer lasst ihn bei vollem Haus? Gern nur mein Cash und ein Back, das hält ja keiner aus. Nein, das hält hier ja keiner aus. Überall Flashlights, Baby, bitte hol mich raus. Ich bin doch da, bin ein Star, warum ist alles noch grau? Ich kenne Handvoll Menschen, denen ich wirklich richtig vertrau. Ja, Lebensrich, Tilo Rich, steigest Team, ich hab's mit. Boah, wie das grad so langsamer wurde und dann wieder schnell. Dieser Übergang war richtig cool. Holy shit. Meine Freundin ist die gleiche, deine Freundin ist ne B***. Ihr rappt scheiße auf den Text und ich knallfacken auf den Tisch. Versteh nur Bahnhof, bin grad zu verwirrt. Ich fühl mich planlos, ja, doch wenn ich geh da mit dir. Ich will alles außer dich zu verlieren. Lass doch nochmal probieren, ja. Also ich muss sagen, ich find die Hook jetzt nicht so krass. Ich find die beiden Parts einfach super cool. Das ist irgendwie in letzter Zeit öfter mal bei Tilo, dass ich die Hooks nicht mehr so cool finde, aber die Parts immer sehr cool finde, ja. Geh ich all in und wenn ich will, mach ich mich raus. Was sie fühlt, fühl ich auch. Ich dreh durch und werd laut. Ja, sieh tausend tote Menschen in ner dick gefüllten Crowd. Sag, wann gehen meine Lichter aus? Und sollt es heute sein, will ich noch einmal dick Applaus. Ich mach den Laden voll, doch verlass ihn bei vollem Haus. Geld nur mein Cash und am Back, das hält ja keiner aus. Sag, wann gehen meine Lichter aus? Und sollt es heute sein, will ich noch einmal dick Applaus. Ich mach den Laden voll, doch verlass ihn bei vollem Haus. Geld nur mein Cash und am Back, das hält ja keiner aus. Cooler Song. Im Vorhinein und Ganzen wirklich, wirklich cool, ne. Ja, was soll ich sagen. War wirklich ein schöner Song, konnte man sich echt gut geben, ne. Musikvideo war auch cool, ja. Aber er hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen, muss man auch mal so sagen. Ja, wie gesagt, cooles Ding auf jeden Fall. Wie hat es dir gefallen, schreib es gerne mal in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniere nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.